Wir haben Nina Deißner zu Gast bei Talk.dot, Beziehungscoach und Flirtexpertin. Und wer denn nicht? Peter Gediermeier hat es nötig, dort mal in die Schule zu gehen. Und deshalb ist die Aufgabe, liebe Nina, bring doch mal Peter bei, wie er so ein bisschen sexier guckt. Findest du, dass Peter unsexy guckt? Jetzt gerade ja! Ja, das stimmt. Und da sieht man genau, was das Problem ist am sexy gucken. Weil ganz häufig, wenn man jemanden sieht, den man gut findet, dann guckt man unsexy, weil man sich total blöde Gedanken macht. So was wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn sagen? Und dann guckt man einfach total bescheuert. Also, Peter, der sexy Augenaufschlag geht einfach so, dass du, wenn du jemanden siehst, den du gut findest, dir einfach so in Gedanken vorstellst, wie du diese Person so einmal von oben nach unten ablenkst. Ungefähr so. Ablenkst oder ablenkst? Wieso sollte man denn jemanden, den man gut findet, ablenken wollen? Dann kannst du auch die Weg nehmen. Ja, naja, vielleicht üben wir das noch mal. Bei Talk dort, Nina Deißler, wir freuen uns noch. Ja! Ja!